einen schönen und sonnigen nachmittag liebe zuschauer zum jetzigen jfd live trading tv am heutigen nachmittag 9 april und ich freue mich ihnen hier am nachmittag nochmals den dax präsentieren zu dürfen der sich hier dann doch aufmacht und da müssen wir jetzt direkt noch mal auf den metatrader umschalten hier das ja bereits am morgen anvisierte zielle um 12.150 punkte an zu visieren wir haben es noch nicht ganz geschafft aber wir haben ja noch rund eine stunde zu handeln das heißt wir haben ein bisschen luft auf der oberseite und wenn die amerikaner jetzt noch mal ein stück weit nach oben drehen dann hat der dax die 12.150 punkte sicher im sack das heißt die fuzie logik hätte heute tatsächlich mal einen schönen treffer vollzogen also mal abwarten was passiert grundsätzlich der auch am vormittag schon präferierte ausbruch in der schriftlichen analyse auf dem jfd desktop beziehungsweise auch die morgensendung die eben hier einen ausbruch nach oben vorsah erfüllte sich bislang ganz gutes setup und insofern wollen wir gleich mal auf den dax schauen der sich hier jetzt neben dem metatrader in der klassischen chartanalyse also einer klassischen chartplattform die wir hier immer verwenden beim jfd desktop sehr schön nach oben raus gearbeitet wie auch schon präferiert eben 12.100 12.110 da sollten wir nun mal nach oben da raus laufen 12.150 wie gesagt knapp im sack und jetzt ist es im prinzip durchaus so dass der markt sehr gute chancen hat hier jetzt richtung 12.200 12.219 12.220 sprich allzeit hoch zu laufen durchaus denn wir haben unverändert den positiven background und wenn jetzt eben die amerikaner noch mal ein stück weit mit nach oben laufen dann dürfte der dax hier auch entsprechenden drive entwickeln also das gestrichelte sanario dass wir unterhalb von 12.100 punkten verbleiben ist nicht in kraft getreten wenngleich wir hier nach wie vor eine sehr sehr schöne support linie haben eben hier seit dem 26 dritten her leitend wunderbare auftakt linie aber jetzt im sinne des ausbruchs über 12.100 punkte der sich jetzt im idealfall nicht mehr umkehrt gesagt noch ein stück weit nach oben 12.150 jawohl vielleicht noch ein stück darüber raus das wäre vortrefflich um dann hier in der nachbörse mehr oder weniger seitwärts und dann vielleicht noch mal einen kleinen pullback an dieses level während des morgigen handels zu starten was dann in der folge eine ideale voraussetzung wäre um neue allzeithochs zu generieren de facto eine wunderbare ausgangslage hier den grünen fall für einen möglichen pullback ziehe ich dennoch mal nach man weiß ja nie was hier die marktteilnehmer noch heitet und insofern wäre es hier im ausdehnungsfall sogar noch mal möglich einen tieferen rücksetzer zu sehen doch sollte der im idealfall nicht mehr erfolgen das ganze setup würde schräg schlicht dürfte bärischer werden wenn denn der markt hier unter 12.000 punkte absinkt das bleibt weiterhin der fall doch danach sieht es aktuell nicht aus vielmehr go away es sieht alles wieder sehr sehr bullisch aus also insofern bullen reiten solange sie denn sich reiten lassen und der dax macht hier noch keine anzeichen einer umkehr insofern auch hier noch mal kurz der blick auf den tagesschart das hatten wir heute morgen nämlich gar nicht getätigt bleibt hier alles im rahmen die linie die aufwärts trendlinie insofern auch hier wieder und wog und jetzt haben wir hier auch diese obere trendlinie wieder schauen sie sich das an diese trendlinie des abwärts trendkanals die deckelnde trendlinie sozusagen sagen wo der dax sich immer mal wieder den kopf stieß dann unlängst hier in oder mitte märz ausbrach es nicht schaffte hier direkt weiter nach oben aufzudrehen hier eine seitwärtsphase vollzog und jetzt sich eben wieder aufmacht dieses ziellevel hier anzusteuern da läuft dann auch oder liegt dann auch das resistant level 2 des pivot punktes anhand des wochenintervalls anhand der letzten woche hier ist auch der daily pivot point das sind praktisch die rechtecke die sich hier nach oben und nach unten aufwerfen der hier in der mitte der schwarze punkt das ist der pivot point auf wochenbasis sozusagen der fingerabdruck der vorwoche und anhand dessen lassen sich projektionen nach oben und unten finden und wir haben hier anhand dessen ein resistant level also ein widerstandsbereich hier knapp bei 2280 punkten scheint interessant zu sein das könnte eines der nächsten ziele für den dax sein wenn er denn hier tatsächlich weiter nach oben aufdreht gut dax wie gesagt wunderbar unterwegs auch was machen die amerikaner wir sehen es hier unten schon nasdaq 100 s&p und auch dow jones hier im negativen terrain wir brauchen uns gar nicht jeden index anschauen es reicht für einen überblick der s&p 500 nämlich hier eben praktisch die mutter aller indizes der große schwergewichtete marktindex der s&p mini future überdies ja auch der sehr sehr rege gehandelte kontrakt in den usa hier unlängst die annahme dass wir uns hier ein stück weit im sinne des gestrigen fett events zurückziehen könnten das hat auch hier soweit zugetroffen dann wieder nach oben zu laufen und hier das level von 2085 bleibt ganz klar eine hürde also da muss der s&p 500 schon noch drüber ziehen um hier signifikante folgesignale auszulösen wir sind jetzt hier auch an dieser trendlinie im kurzfristintervall dieses trendkanals angelangt jetzt sollte der index hier natürlich nicht mehr deutlich nach unten absacken also das wäre jetzt hier noch die toleranz in richtung 2075 aber sehr viel tiefer sollte es keineswegs gehen um und das bleibt auch hier zu präferieren wenn wir hier über 2085 rausgehen und also heute hier neues tageshoch generieren ich switche mal ein stück weit zurück also hier das hoch in der indikation bei 2088 30 wenn wir darüber rausgehen dann sieht es gut aus dass wir 2091 50 und gegebenenfalls das level von 2100 plus ansteuern s&p also auch hier wenn ich mir den chart anschauen nicht wirklich bärisch es sei denn wir kippen unter 2070 punkte zurück dann muss man definitiv die karte spielen dass es hier die risiken auf der südseite gibt insofern dass wir hier dann noch mal 2065 im worst case 2050 ansteuern könnten doch ruhe bewahren danach sieht es aktuell nicht wirklich aus vielmehr auch wenn wir jetzt gegenwärtig so eine seitwärtsbewegung sehen bleibt der index kurzfristig hier und das lässt sich auch sehr schön sehen anhand der letzten tage im bereich 2075 kam hier stetig wieder die käufer und haben den index eingesammelt also wenn es denn hier wirklich noch mal zu stärkeren rücksetzer kommen sollte dann scheint mir der index aber hier sehr gut abgesichert und wie sie hier in der blauen tendenz feilausrichtung sehen dürften sich hier wieder die käufer bereit erklären in den s&p 500 zu investieren also die lage bleibt konstruktiv bullisch warten wir mal ab wie das heute noch ausgeht gerade bei den amerikanern und ob der dax eben die 2150 noch touchiert sieht nicht so aus sieht tatsächlich so aus als wären wir knapp vor dem ziel gescheitert aber kein undünken mal abwarten wenn dann haben wir ja morgen noch den ganzen tag zeit hier nach oben auszubrechen gut liebe zuschauer das wäre es gewesen für die heutige jfd live trading tv sendung hoffe es hat ihnen gefallen wenn sie wünsche anregungen haben dann einfach im jfd desktop unter dem jeweiligen post ein vermerk machen ansonsten hören wir uns gern morgen wieder ich sage beste grüße noch einen sonnigen abend und ciao bis derweil